Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu BauFix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. In diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal 4, 4,5 Jahre für eine große Deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht es los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Ich biete das immer an. Ich sage, ich kann auch mal mit dem Makler sprechen. Der erzählt mir in der Regel viel mehr, als er was bei Ihnen macht. Weil der auch von mir wissen will, ist die Finanzierung darstellbar, kann das schnell gehen. Vor vier Jahren fand man einen Fall, das war eine vermietete Wohnung. Die Kunden wollten die vermietet kaufen als Geldanlage. Haben gesagt, hier Herr Schütt, Mensch, die brauchen noch Unterwagen. Ich habe den angerufen und habe da gefragt, wie sieht es aus. Ja, sagt er, wissen Sie, die Verkäuferin, die braucht schnell Geld. Ja, die hat die Wohnung und ein Haus von ihrer Tante geerbt. In das Haus zieht sie selbst ein. Da ist sie gerade im Renovieren und da ist schon mehr Geld reingegangen als geplant. Deswegen würde sie die Wohnung verkaufen. So, konnte ich für den Kunden, haben wir irgendwie 8.000, 9.000 Euro bei einem Gesamtkaufpreis von 75.000 Euro ausgeholt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz vielen Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss. 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 Tschüss.